Ich hab das Haste-Use-Drink getrennt BING! Oh, 5 Minuten noch? 4, 3, 2, 1 Ja, Digga, ich mach doch nicht jedes Mal einen extra Full-Tamer für dich machen Bitte, sei mal so lieb! Einmal! Nein! Reicht schon mehr als einmal heute! NEIN! Nein! Einfach nö! Du bohrtest kein Mord oder was, ne? Nein! RIP ARMY Boah, ich glaub einfach ein Rechteck-Littor, Alter, das ist... Boah, ich glaub hier stehen, gefällt mir Ja, am Ende mach ich auch schon mal... Aber da hast du, glaub ich, zu wenig Movement-Speed für, naja... Da lauf ich auch wieder zurück, das passt ja schon Ajo, so mit Raps auf eh... Ajo... Alter, Ajo... Jaaa... Was ist hier? Hallo? Ah, tschüss... Nein? Nein, nein... Ganz zu links... Bitter auch nicht retten, erst wenn er wieder in den Game ist... Fuck off... Dauert, Moment, ich bin noch nicht da... Jetzt kann's sein... Da bin ich auch deine Erste... Ist auch mit mir drin... Denkst du wieder? Ja... So Drecksping, ey, Alter... Arms... Go, links... Stopp... Obacht... Kann sein, dass ich viel länger down als sonst... Ich bin noch nicht drauf... Ah, ah, ah... Move, ja... Das wird der entscheidende Faktor sein... Danke, ne? Beware... The Darkness... And run... Bittu, kannst du Neckträder switchen? War knapp... Kommt immer ganz auf den Debuff an... Also, ich kann das auch nicht kontrollieren... Also, wir haben zuerst die Essimation... Heißt dann gleich... Nigh-Lafed... Schon wieder so'n Kack-RNG-Boss, Mann... Das ist die fucking RNG! Komm, spiel doch schon mal vernünftig mit der Nigh-Lafed... Das gibt's keine RNG-Buff... Ich hab hier nicht alles... Ja, das gibt das ja jetzt... Chant mal... Ja, lass dir Solo... Nimm Dein-Stand-Zode... Oh, ist das close, Alter... Hier ist auch wieder dieser... Laman-Shit da oben drauf... Also, dafür... Wär ein richtiger Timer sehr hilfreich... Ja... Na ja, stimmt... Bei Klop 5 Sekunden oder so... Das reicht halt genau, wenn du's gut ziehst... Ja... Ja, mein Feuer-Ener reift nicht an... Was war? Was war? Wieder Deins-Zode... Äh... Meiner muss einer übernehmen dann... Ja... Da ist echt ein Lack, ich krieg den jedes Mal ab... Oh... 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 Boah... Links... Huch... Ah... Ah... Oh, wir leben... Oh nooo... Oh, da check... Er hat sich über den Kudern gewöhnt... Ja... Es kommt halt eigentlich sonst nichts an Damage... Wenn man nicht... Sonst hier... Naja... Nächste Phase schaltet jetzt, ne... Weapon... Option... Was ist noch einer? Nach links dodgen... Nach hinten... Nach hinten... Nach hinten... Nach hinten... Beware... Esu maybe... Toi... Letz... 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 Ja... Kr... Wird's dir nicht Sinn machen, wenn... Wie die stacken? Ja... Könnt ihr wirklich machen... Tocken... Also alle rechts... Ganz links außen, boys... Ganz links außen... Ganz links außen... Da kommt alle links... Noch einer links... Hallo... Meleys... Boah... Das wäre auch eure Aufgabe... Die müssen... Ja, aber Trank wäre wieder da... Ich habe die Annihilation... Ich habe die Annihilation... Ich habe die Annihilation... Du musst gleich eine übernehmen von mir... Bei Gelb fehlt einer... Ich habe die Annihilation... Ich habe die Annihilation... Hier... Ja...